Darf ich dir vorstellen? Das ist mein Bruder Thomas. Hol mal, angenehm. Ich spreche lieber mit meiner Kuh als mit dir. Die sagt dir auch nicht, dass dein Hof am Ende ist. Wie viel Preisgeld gibt's denn für die schönste Kuh Brandenburgs? 15.000 Euro. Kann ich was helfen? Links! Nicht wohl! Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Freitag im Ersten. Freitag im Ersten.